Wir waren am Freitag, am 5. August, bei der Militärpolizei und haben ein eineinhalbstündiges Gespräch gehabt mit dem Chefdaten. Und es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir haben ganz genau über die Rechtslage aufgeklärt. Wir haben bereits die ersten Haftbefehle abgegeben für Richter, Gerichtsvollzieher und Bezirkshauptmänner. Und da muss man jetzt dazu sagen, dass wir vorher diese Herrschaften ganz genau über die Rechtslage aufgeklärt haben. Und die dann trotzdem, obwohl ihnen bewusst gemacht wurde, dass sie da ein Menschenrechts- und ein Völkerrechtsverbrechen machen, sie trotzdem über die Rechtslage drüber gegangen sind. Das heißt, wir haben kein Interesse, dass wir die alle einsperren. Und es geht darum, sie sollen aufhören, andere Menschen zu schädigen. Und wir haben die ersten Haftbefehle abgegeben und wir haben ihnen das ganz genau erklärt. Und Mensch und Person, den Unterschied. Und er hat uns dann gefragt, ihr seid alle lebend. Ja, wir sind alle lebende Menschen. Und dann, wie wir aufgestanden sind, hat er gesagt, jetzt habe ich das verstanden. Ja, also er hat ganz genau gewusst, um was es geht. Das ganze Büro hat zugehört. Draußen sind vier Mitarbeiter gestanden. Die Büros waren ganz weit offen. Wir haben auch ziemlich laut gesprochen. Und sie haben alle einen Grins auf den Lippen gehabt, wie wir gegangen sind. Also es ist so, dass überall Verständnis schon gezeigt wird. Und dass sie sehr wohl schon verstehen, um was es da geht. Er hat uns auch gesagt, ja, irgendwas muss da weiss draus sein. Weil in Stahlhofen, da steht der Postenkommandant auf der Straße. Und dreimal fährt schon das Auto vom Staatenbund Österreich vorbei. Und jedes Mal schaut er nur nachher und tut nichts. Also irgendwas muss da weiss draus sein. Bei seh in der Kantine, da quatschen sie jeden Tag über den Staatenbund Österreich. Und so geht es auch im Parlament zu in Wien. Und überall, das soll jeden Tag über den Staatenbund Österreich reden. Das heißt, da kommen wir nicht mehr vorbei an uns.